Es ist soweit. Der Häuptling wünscht mich allein zu sprechen. Well, ich gehe. Unchida, Harka, Vinona, verlasst auch ihr das Zelt, bis ich euch morgen wieder rufe. Mein großer Bruder Red Fox hat mir Geheimnisse mitzuteilen, die nur für meine Ohren bestimmt sind. Die beiden Kinder, Unchida und der Maler, verließen nach den Worten des Häuptlings miteinander das Zelt, um hinüber zu Harkas Freund Chetan zu gehen. Chetans Vater war nicht anwesend, aber der 16-jährige Chetan, das heißt Falke, wusste sich schon als guter Gastgeber zu benehmen. Er lud den Maler ein, sich auf Decken und Felle ans Feuer zu setzen und gab ihm einen Dreifuß als Rückenstütze. Außer Chetan waren ein zweiter Indianerbursche und ein kraushaariger Bub in Harkas Alter anwesend. Harka setzte sich dazu. Nun fragte es sich, in welcher Sprache man miteinander sprechen könne. Red Fox, der Dolmetscher, fehlte. Harka wusste Rat. Kraushaar, dein Vater, der ein Negersklave der Watschitschun gewesen ist, bis er zu uns entfloh, hat dich die Sprache der Watschitschun gelehrt. Teile uns mit, was den Morris Gelbart von uns wünscht. Den Morris Gelbart, ich verstehe deine Sprache. Oh, das ist gut, mein kleiner Kraushaar. Oh, das ist gut. Ich bin mir schlägt. Ich bin mir schlägt.